so hallo herzlich willkommen zurück auf meinem kanal zu einem erneuten unboxing von im kurs avans pro series 8 gb 2 x 4 mit 1600 megahertz ddr 3 läuft in cl9 von vorne ist ziemlich schmal die verpackung mein korset t-shirt natürlich am stadt wie auch bei den asus produkten bei den ero g-produkten ein ero g t-shirt hier von hinten so ein kleines sichtfeld annehmen für die nennt man die ram sticks so machen wir mal auf einmal das hier so ein ding verpackt und dann haben wir noch ein garantie zettelchen braucht man nicht also hier werden schon hier auch rot und schwarz ich hole mal einen aus identisch kostet menschen steht oben noch mal drauf hier mit dem kühlkörper von hinten und ja nichts besonderes arbeitsspeicher halt machen wir das wieder zu und dann zeige ich euch noch die rechnung und wird sagen bis zum nächsten mal job so 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 so